So Leute, ich hab's fast geschafft, ja. Schenk, da kam noch mehr. Nach den sieben Leuten, die wir töten sollten, kam noch mehr. Äh, jetzt sind glaube ich nur zwei übrig. Zwei Bogenschützen. Machen wir uns mal ran. Ja, was ich mir gedacht habe. Oh, das ist gut gesehen. Ja. Uh. Hey, nach so übrig. Scheiße, sind es doch drei. Oh, der Fieber, ey. So komisch. Sekunde, da oben. Hat er es nicht gesehen. Ja. Ah, lass die Zeit. Oh Gott, das war richtiger Müll. Was ist denn? Was ist denn? Glaubt ihr wirklich, ihr könntet's aufhalten? Für jeden von uns, den ihr tötet, kommen ein Dutzend weitere. Ich will das nicht. Niemand will das. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe eine Tochter und... Ja. Hm. Gut, also ich finde das, was man da jetzt groß gemacht hat, nachdem man sich die Schriftseile angeschaut hat, hätte man sich auch schenken können, wäre Frustersparnis gewesen. Und gut geschlafen. Boah. Steht auch vor dir neben mir. Ich bin nicht hierher gekommen. Wie wohl. Ich habe euch hierher gebracht, nachdem ihr euch in mein Allerheiligstes geschlichen und euren kleinen Ausflug in die Welt der Toten getätigt habt. Ja, ist es. Nun schaut nicht so. Es war von Anfang an meine Absicht, dass ihr zu euren Erkenntnissen gelangt. Ihr wusstet davon? Nein, das tut ihr nicht. Weil ihr euch nicht traut, zu hinterfragen. Es ist schon... Seltsam, oder? Urplötzlich werdet ihr vom Gossenkind zur Hoffnung der Menschheit und... könnt von einem Moment auf den anderen das, wofür andere Jahrzehnte der Übung benötigen. Und noch besser, ihr seid einer der Boten, der das Echo der Zukunft hören kann. Aber trotzdem, ihr habt euch nie nach dem Warum gefragt. Ihr scheint die Antwort ja zu kennen. Stimmt, das tue ich. Aber wenn es eines gibt, was mich die Zeit gelehrt hat, dann dass man manche Dinge selber begreifen muss. Man kann Menschen nicht zu Erkenntnissen zwingen. Das hat noch nie funktioniert. Woher wisst ihr von all dem? Wer seid ihr wirklich? Wer ich bin? Früher hätte ich euch darauf eine eindrucksvolle Antwort geben können, aber... Derzeit kann ich nicht sagen, was euch helfen würde. Sagen wir einfach, ich bin ein fleischloser Beobachter. Und dieser Zeit kennt ihr mich vermutlich als den alten Mann. Okay. Als es hieß, der alte Mann sei so alt wie der schwarze Wächter. Ganz so alt wirkt ihr ja nicht. Stimmt, das muss euch irritieren. Aber Zeitlosigkeit ist keine große Errungenschaft. Das werdet ihr selbst auch noch merken. Ein bisschen weniger Orakelei und ich könnte euch vielleicht folgen. Glaubt mir, alles, was ich sage, ist wohldurchdacht. Aber leider hat es keinen Sinn, das Gespräch an dieser Stelle fortzuführen. Ihr habt das, wofür ihr gekommen seid und der Rest liegt bei euch. Auch wenn ich bezweifle, dass ihr einen Unterschied machen könnt. Was soll das heißen? Dass wir den Zyklus nicht aufhalten können? Doch, vielleicht könnt ihr das. Vielleicht, aber auch nicht. Wie die meisten bislang. Aber das wird sich zeigen. Nun verzeiht. Einfach nach draußen gesetzt. So eine Schlange. Genau, und wo ist Jasper? Äh. Wo sind wir? Was sind wir jetzt hinter dem Anwesen, oder? Oh, Kohle. Bei Schreine mache ich keinen Halt. Dieb. Ah. Gibt's ja hier was. Einfach nur Mauer. Schade, hier wäre noch so ein... So ein Kästchen wäre noch nett gewesen hier. Ja. Ja. Ah, wie. Hier gibt's jetzt einfach kein Anwesen, oder was? Aber das fehlt. Hier ist einfach dann... Oh, das war jetzt ja nicht so schlau von mir, oder? Hier irgendwie runterkommen, ohne mir alles zu brechen. Oh, das wird nix, Leute. Da ist Jasper auf jeden Fall. Scheiße. Das Fallschaden ist ja extrem hart hier in dem Spiel. Ich muss nochmal irgendwie hoch. Ja. Das ist natürlich komische Magie, hier. Erstmal. Du, aber... Was zum Henker war das denn? Wo ist das Haus hin? Na, ich hab mich auch schon gefragt. Versuch es. Eine Erklärung ist besser als... Keine. Äh. Äh. Das klingt... Skurril, Gelinde gesagt. Nachdem du diesen Schacht runtergefahren bist, hat irgendjemand die Tür zum Arbeitsraum abgesperrt. Und egal, was ich versucht habe. Das Schloss ließ sich nicht öffnen, bis ich schließlich Stunden später urplötzlich mit dem Gesicht im Matsch lag. Kein eleganter Auftritt, das steht fest. Aber all dem zum Trotz, die Glyphen, die du auf das Papier gezeichnet hast, sehen gut aus. Zumindest für mich. Also war die Mission ein Erfolg. Ich wünschte nur, ich wäre unten dabei ge... Warte mal. Siehst du das? Das ist das Wort der Toten. Das ist es? Aber dann hat der alte Mann es absichtlich zurückgelassen. Nenn mich voreilig, aber auf mich wirkt das, als ob dieser Kauz von Anfang an eine ganze Menge mehr als wir gewusst hat. Naja. Wir sollten die Schatulle jedenfalls mitnehmen. Lass uns nach Ark zurückreisen und dem Großmeister Bericht erstatten. Die Hüter haben mir eine Teleportrolle gegeben, die uns direkt zurück in die Tempel führt. Was meinst du? Kommst du gleich mit? Ja sicher. Hier in dem Regen verseuchten Zeug will ich nicht mehr da rumstehen. Wohlan denn. Dann mal los. Alter, du hast mich vergessen. Du hast mich vergessen. Ach nee, komm wieder her. Ich bin jetzt richtig fies gewesen. Kommst du mit? Ja klar, gerne. Und schön Alena abgehauen. Da wären wir. Erzähl du Aranteal, was passiert ist und bring ihm die Schatulle. Ich hole mir nun erstmal meinen Lohn. Und dann brauche ich eine ordentliche Pfeife. Diese Puppen wollen mir nicht aus dem Kopf gehen. An irgendetwas erinnern sie mich. Aber ich weiß nicht was. Wollen wir gleich sprechen miteinander? Mhm. Oder müssen wir es später machen? Zu den lebenden Toten, den wilden Vatüren und den wahnsinnig werdenden Menschen meinst du? Dieses Land hat schon bessere Zeiten gesehen, das steht fest. Aber wenigstens passiert hier mal etwas. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Ja, also... Man sieht sich. Wie als Abenteurer willkommen auf unsere Kosten. Definitiv. Ich gehe immer hier rein. Aber ich lande irgendwie immer nie da, wo ich hin will. Ein Zugang direkt... zu dem Saal wäre geil. Ich weiß immer nicht, was ich hier falsch mache. Er liegt ja hier bloß. Wo? Oder warte mal hier vielleicht? Ja, I know. Achso, Sonntempel ist da draußen. Wer baut dann so eine Glütze? Man erwartet viel von euch. Ja, ich mach das aber auch. Ich laber nicht mehr bloß rum. Heute hab ich mich erst immer verlofen bis jetzt. Toll. Was steht da, was ich meine? Das haut doch nicht hin. Ich glaub, man... So eine Haupträume... Dann bin ich da auch nur oben. Oder was? Ich schneid nicht. Sorry. Korarium. Ja, geil. Also, ich weiß nicht, warum man das nicht so macht. Peng. Tür außen. Batz. Hauptraum. Ja. Ich soll doch hier durch. Ich bin doch sonst doch irgendwie auch hingekommen. Emporium. Bikini auch gerade hier? Ist das der Zufall generiert, wo ich dann lande? Oder was? Was ist denn das für ein bisschen? Was ist denn das hier? Ja, dann... Wisst ihr, ich muss doch jetzt nochmal da hin. Ich muss mir einfach mal merken... Wie man da unten drin kommt. So. Jetzt aber hier. Unsere Reise war geil. Ach, das Prophet. Hattet ihr Erfolg? Erstmal Bier. Erzählt mir alles. Kurze Schwarzblende. Und dann war es so und so. Und dann landeten wir draußen. Also wusste er von dem Zyklus. Anscheinend. Das ist interessant. Und beunruhigend. Hm. Genau. Ja. Vielleicht ist das ein Versuch, uns zu helfen. Offen gegen unser Unterfangen ist er nicht. Sonst hätte er euch nicht am Leben gelassen. Aber er weiß weitaus mehr, als er erzählt hat. Hm. Jede Wette, dass die Lichtgeborenen mehr über diesen Mann wussten, als sie mit uns teilten. Das erklärt auch, warum man ihn nie behelligt hat. Aber die Frage über seine wahre Identität sollten wir auf später verschieben. Was zählt, ist, dass ihr nun das Ritual kennt und das Wort der Toten habt. Bringt beides zu Erzmagister Merayil, damit wir den Siegelstein aktivieren können. Und eines noch. Wie nannten die Pirea in eurer Erinnerung jene, die hinter all dem stecken? Die Hohen? Ja, sie scheinen wohl die zu sein, die wir beide in diesem Wachtraum gesehen haben. Und die die Leute rüber zwingen wollen. Dann hat der Feind jetzt einen Namen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Es gibt eine beunruhigende Entwicklung. Nice. Das Beunruhigende daran ist eigentlich viel mehr, dass ich jetzt wieder... ...die Bude finden muss. Silbergabel. Habt ihr es schon gehört? Angeblich ist eine Gesamte des Zuckerinselbundes gerade hier. Und das trotz der Kriege. Diese Chilenen haben Mut. Das muss man ihnen lassen. Lüfte einfach los, wenn sie sie mit mir unterhalten will. Kann nicht wahr sein. So, wo landen wir jetzt, ja? Ich sammle jetzt alle Höhenzellen und meißle das nochmal in Stück Stein. Aber dann braucht er mir doch nicht den Marker da hinten setzen. Das ist doch so ein Scheiß. Seht doch hier, ist doch top. So. Jetzt müssen wir den Master Magier finden. Der wird auch wieder geil. Ich hab ja letztes Mal auch da durch Zufall redet, die stolpert. Auf jeden Fall, glaube ich, war der ganz oben. Himmel, Arsch und Zwirn. Ihr klingt wie ein besoffener Dichter. Das soll Magie sein? Die Entropie ist eine gefährliche Schule, Misser. Ein falsches Wort und der Stein könnte in Flammen aufgehen. Vielleicht tut er das sogar freiwillig, wenn er noch länger eurem Gelalle zuhören muss. Euch Götterlämmchen fehlt einfach verdammt nochmal der Pfeffer. Pfeffer? Magie braucht Bedachtheit, keinen Pfeffer. Sie ist wie ein kranker Frosch, wenn ihr ihn... Prophet, ihr seid zurück. Oh, lass dich nicht ablenken. War unterhaltsam. Mit diesen Stümpern zusammenzuarbeiten, ist schwerer als einem Leoren komplexe Mathematik zu lehren. Der Strauchdiep hat mir schon von eurem Erfolg berichtet. Schöne Arbeit, Strauchdiep. Habt ihr die Glyphen bei euch? Na, aber sicher. Ja, ja, gebt einfach her. Verstehe. Ja, das gibt Sinn. Zur Seite. Ich zeig euch, wie das geht. Hm. Hm. Äh. beim rechten Weg. Spürt ihr dieses Kribbeln? Ja. Das ist beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Sind das die Splitter? Wäre meine Vermutung. Laut den Schriften der Pyrrha bieten die Splitter Schutz gegen den Roten Wahnsinn, solange der Siegelstein läuft. Ich will eine. Prophet, ihr habt die Formel gefunden. Und wie führt er euch? Anders. Irgendwie klarer. Sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass dieser Siegelstein für die Pyrrha besser funktioniert hat, als der Prototyp ihrer Maschine. Bübchen, geht und sagt dem Quartiermeister, dass bis heute Abend jeder Hüter, jede Hüterin und jeder von uns einen der Splitter tragen soll. Bübchen? Tisch ab! Also ich finde, dass... Ich frisse ihn los. Tu, was er sagt, Liam. So werdet ihr euch keine Freunde machen, Funken schlagen. Braucher, nee. Wirklich nicht. Wenn ich Freunde wollte, würde ich sicherlich nicht hier danach suchen. Also noch einmal zu euch. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Der alte Arantial bat mich, euch das hier zu geben, damit ihr euch angemessen ausrüsten könnt. Nun geht zurück zu ihm. Etwas Beunruhigendes ist passiert. Na, ich hab's schon gehört. Darf ich noch ein paar Scherben aufheben? Ich verteile die auch. Und hier den großen. Mann, das haben wir wieder toll gemacht. Ist das wichtig? Wo kommt das her? Lieber jeden, bevor ich angegriffen werde von irgendwas. Irgendwann vielleicht näher. Schreitet wohl. Ja, jo. Schönen Tag. Schönen Abend. Schlaft erstklassig. Dann gucken wir jetzt schlechte Nachrichten ab. Er geht einfach direkt in den Thronsaal. Denn er hat die Gabe der Orientierung. Ich bin zurück. Dieses Gefühl eben. Das war der Siegelstein, nicht wahr? Ich hab dir eine Scherbe mitgebracht, Bruder. Sehr gut. Mit dem Leuchtfeuer und dem Siegelstein haben wir nun sowohl eine Waffe als auch eine Verteidigung gegen die Hohen. Und damit eine Perspektive. Das ist mehr, als ich mir erhofft habe. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Ich habe eine Konferenz mit den Wichtigsten von uns einberufen. Sie findet in einem Tag statt. Kommt dann wieder und nutzt die Zeit bis dahin, um euch von der Suche zu erholen. Oh, wir haben wieder frei. Leute, wir haben wieder frei. Das ist richtig cool. Endlich mal wieder Zeit für uns. Oh, schon wieder so spät. Die Welt kann man noch später retten. Zwischendurch muss einfach Zeit sein zum Verschnaufen. Wir haben schon einen coolen Meister, muss man sagen. Wir machen eine top Arbeit. Da kann man noch dementsprechend entlohnen. So, was machen wir mit der Freizeit? Versprechen und warten. Nee, nee, stumpf warten ist doof. Ich weiß gar nicht, was die Kunst des Kampfes ist. Aber da werden wir bestimmt keinen... Das sind so mehr Zufallsbegegnungen. Das könnten wir auch noch machen. Ich weiß nämlich nicht, wer dieser Meister... Ups, Entschuldigung, wir müssen die Karte gleich nochmal aufmachen. Ist in dem Quartierhaus. Ne, von der Novizin, Die hat ja irgendwie so ein bisschen ein familiäres Problem. Es ergibt doch alles keinen Sinn. Äh, achso. Ja, das könnte klappen. Bescheuert? Ich dachte, ich habe hier schon alles geknackt bei den Kameraden. Die gute alte Kameraden. Unzuverlässig. Unzuverlässig und dumm. Das sind sie alle. Das ist nur ein Zähler. So, Musik anscheinend hoch, oder was? Oh, hier schläft da jemand. Nee, das ist aber die Tür noch offen, so wie ich es zurückgelassen habe. Was ist mit ihnen hier? Einfach nur Novizen. Einfach nur Novizen brauchen wir, nee. Wer trinkt der Gau und ohne Scham, den Lohn sieht um, der Lohn macht. Macht da die Tür so, wenn ich schlafe, Alter. Oder ist das mein Bett hier? Soll ich hier pennen? Boah, hüfte. Da. Kann das jetzt mal runter müssen? Das ist weg. Das ist weg. Magisterrat? Hast du nur einen Stuhl? Ich möchte mir hinsetzen. Schreitet wohl. Ich habe Elia gefunden. Sie wäre auf dem Friedhof beim Grab ihrer Schwester. Äh, ich schätze, ich sollte etwas Nachsicht walten lassen. Hier, das sollte euch für eure Zeit entblornen. Jetzt entschulde ich mich. Wir haben eine Menge zu tun. Das war euer Stumpf jetzt. Ich habe hier doch, da steckt jetzt so ein bisschen mehr hinter. Da hatte ich jetzt so drauf gehofft, dass ich euch mal auf so eine coole Nebenquest mitnehmen kann. Ich wusste aber auch gar nicht, wie ich dazu kam, zu dieser, zu dieser Aufgabe. Wer seid ihr? Ich bin der Prophet. Leute, dann könnt ihr euch langsam mal hinter der Ohren schreiben. Dann lasst uns mal unsere gewonnene Kohle einzahlen unser Konto am Marketplace. Da müssen wir gucken, das war uns irgendwie noch eine spaßige Aufgabe irgendwo raus poolen. Die Bank war hier, die hatte ja auch nachts offen. Die wollen ja Geld verdienen, dafür müssen sie was machen. Sollten ja Kohle haben, ne? Guck mal, haben sie 2500 Groschen angesammelt. Sag jetzt nicht, ich kann rein, aber der Dude ist nicht da. Da muss so eine nächtliche Vertretung am Start sein. Oh, das wollte ich nicht. Ist in Ordnung, ja? Naja, irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden. Ja, passiert öfter wahrscheinlich, dass die Leute aus Versehen da rangehen und dann es so aussieht, als ob die ein Schloss knacken wollen. Okay. Trotzdem, danke für das Verständnis. Muss ich doch morgen früh wiederkommen. Gut. In Ordnung. Hat der Kinder Dienst hier heute jetzt. Dann hauen wir uns kurz in den Paufen. Ah, hier ist mein Haus. Klar, das passiert nicht. Ich wohne hier noch nie so lange. ist schon fast gemütlich hier bei uns ich hab grad gedacht ich hab kein bett aber theoretisch nur kurz so sechs stunden ich hab abladen bei euch geht's nischt endlich habe ich euch gefunden erinnert ihr euch erinnert ihr euch noch ihr habt mir damals geholfen in dieser ruine ihr wisst ja 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 nicht hier ich wollte euch noch einmal danken meine schulden sind bezahlt und dank euch ist meine familie wieder in sicherheit ihr könnt euch sicherlich denken dass ich kein geld habe um mich erkenntlich zu zeigen aber ich dachte mir das hier könnte euch nützlich sein nehmt es es ist das mindeste was ich für euch tun kann lernpunkte nice danke wenn ihr schlimmste überstanden habt solltet ihr zusehen dass ihr eure tat wieder gut macht hat er nicht genug durchgemacht ich habe zu danken schreitet wohl und alles gute auf euren weisen tiefen squad zum abschmeißen haben wir jetzt nicht richtig viel fein stahl also so ein bisschen kram bestimmt ist das mal zu dem hier willkommen willkommen wie kann ich euch behilflich sein na zeig ich mal her aber das dies und das schaut einfach selbst verkaufen jim glitschi möchte dinge loswerden können wir irgendwie auch mal uns gucken dass wir vielleicht hier der knochenreißer muss weg siehst du zack feinstahl schild handwerkskunst ist nice beizuhaben einhand angriffe den müssen wir mal zer zaubern dass wir den skill dafür bekommen äh winterhaut was ist das hier kann ich alleine knacken teleport rollen behalten wir das ist noch was cooles käsesuppe gehört mir freundchen da ist dann hier ran in die ordnung schreitet wohl dann müssen wir uns irgendwie demnächst nochmal gedanken machen wegen skill noch ein paar bücher kurven ach so kopfgeld haben wir auch noch offen artefakte guck mal das können wir eigentlich versuchen auch war hier aber kristallwald kriegen wir auf der fresse aber das ist hier ist nicht kalt also hier ist glaube ich so wintergebiet im nordwindgebirge aber das sind nur drei artefakte sein muss in der dritte punkt 1 2 ah hier eine pulverwüste da müssen wir später auch noch hin dann lasst uns mal ins hintere herzland fliegen und gucken ob wir da was ausgraben können ähm da hm wir müssen zu mir raten toben hm 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 ach shit ach shit jetzt nicht vergessen in der bank was ein zu zahlen naja das ist natürlich ein schöner ausschlaß hinsen der uns fliegen miss her schreitet wohl wohin soll es gehen sicher doch wohin soll ich euch bringen ich würde gern ins äh hintere herzland schreitet 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 weil jetzt auch wieder nicht so schlau war aber lässt sich jetzt nicht ändern wir hätten uns mal einen begleiter mitnehmen sollen irgendwie dass wir mit jesper nochmal sprechen ähm weil hier sind ja schon viele überdienten unterwegs was ist das da guck mich das an hier löst du 5 meter ah nee das ist ein ordentlicher Dingsposten ne ist ja angenehm einfach mal ein bisschen schutz zu haben was sieht man hier eher du 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 oh hast du es schon gehört diese maschine die der großmeister in alt dottelgrad vermutet hat sie war wirklich dort die beiden neuen hüter haben sie gefunden die beiden neuen reden wir ein andermal weiter wir haben besuch ooooy ooooy interessiert die sonst auch rummarkieren naja dann ach so ja ein ding hier alter weißt du ich hab nicht gefühlt dass ich in die falsche richtung ah ja warum alter naja hier sind's wem ah warum kann ich das hier nicht kann ich das hier nicht ja jetzt ah ist die banane denke das ist unser ziel da ja steckt das jetzt schwer nach dann steben wir uns einfach wieder die mütze auf hier alter hallo fang nochmal an zu back to the pit naja ach 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 Keine Ausdauer mehr. Oh, durch mein Gesicht. Schlange. Ich dachte, hier war ich schon mal. Deswegen hätte ich mich jetzt hier wundert. 95. Nett. Ja, das war der Mörade. Quecksilber. Sollen wir mitnehmen? Möchte ich ja irgendwann mal mächtiger Schmied sein. Zumindest viele der Sachen, die man selbst bauen kann, sind besser als die, die man kaufen kann. Deswegen müssen wir uns später so ein bisschen dran machen, auch das Handwerk zu lernen. Oh, hier ist noch mehr. Silber auch noch. Was ist hier los? Kann ich nicht liegen lassen, finde ich nicht wieder. Und da müssen wir mal gucken, dann sind wir demnächst bald an dem Punkt, wo ich selber nicht mehr weiter gespielt habe. Was so die Hauptquest angeht. Ich wurde noch in die Wüste geschickt. In diese Pulverwüste. Und da war ich noch in der Gruft unterwegs. Und dann irgendwann danach haben wir sie es aufgehört haben. Wer lässt denn das hier einfach so stehen? Hallo, sind Sie ein Bandit? Müssen wir uns vielleicht auch mal merken. Da unten ist ja auch noch eine Mine. Das ist Wegzieger. Ich gehe gleich wieder von irgendeinem Bären oder so in den Arsch versohlt. Direkt den Endang gefunden. Oder ist noch einer? La 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 la. Alt-Dolisch. Mal kurz den Bogen hier anhängen. Ein Sack voller Kohle. Das ist klasse. Das ist hier nicht so geil. Futsch aus. Oh, das war dumm. Das war so dumm. Ich habe vergessen, wie man ausweicht. Scheiße. Schön so disrespected über mich rüber gelaufen. So. Sollte vielleicht mal meine meine Materne ausmachen. Das ist aber schade. Ich mag dieses Licht, dieses Permanente. Oh ja, ich werde trotzdem wir sehen. Nicht zu nahe kommen. Ich bin doch noch ein. Genau. Gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich habe nämlich gerade wieder so viel Spaß. Und deswegen unterbrechen wir das Ganze hier. Und dann sehen wir uns auf der Suche nach dem Artefakt hier in Alt-Dingspumps wieder. So sieht es aus. Schönen Abend. Haut rein. Schönen Abend. Vielen Dank.